Ähm, wo waren wir nochmal? Ach ja, Budapest. Als erstes haben wir Erik getrunken, ein Bier mit ihm getrunken, uns gut unterhalten und ihm die Bude vollgestellt mit unserem Zoll. Zwischendurch waren wir noch zu Besuch bei einem guten Freund. Wir haben ein Theater-Gruppe, und wir würden das Nomad-Lifestyle-Gruppe machen. Wir würden uns gehen zu verschiedenen Städten und ein Cabaret machen. Und dieses Sommer ist der Test-Run, und es ist mehr so, dass alles funktioniert und finden die Gruppe und die Performance getrunken. Untertitelung des ZDF, 2020